Ich mag Sarah. Nein, was ist denn das für ein Deutsch? Wie haben wir das richtig gelernt? Sarah ist eine 10 von 10 Smash. Du willst sie nicht ansprechen? In dem Fall fehlt dir also der? Der Riss. Ja, sein Riss ist also wie? Tristan? Bodenlos. Bodenlos. Fantastisch. Wenn ihr jetzt noch lernt, endlich Leute, dass man wild mit Y schreibt, okay? Und ihr wollt euch nicht blamieren, sondern nicht die Blöße geben. Pfff, nicht die Blöße, wie talkst du mit mir? Das haben wir 10 Mal durchgenommen. Du willst nicht, dass es? Grinch wird. Grinch wird, fantastisch. Also bittest du deinen? Meinen Bré Dennis um den Rücken. Perfekt! Super, endlich. Krieg ich einen Eins? Aber ne Zischen!